Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über Nachrichten von der Falcon Bank aus der Schweiz. Wir sprechen über einen Vermögensverwalter, der behauptet, Bitcoin könnte zu 10 Millionen bis zu 10 Millionen US-Dollar im Preis steigen. Und dann schauen wir uns noch einen Bericht von der BIS, Bank of International Settlements, von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich an und schauen uns den Report genauer an, was die genau über Bitcoin etc. denken. Aber springen wir doch gleich in diese erste News Story und zwar geht es um die Falcon Bank. Die Falcon Bank ist eine der ersten Banken in der Schweiz, die überhaupt Kryptoaufbewahrung angeboten hat und auch anbietet. Und jetzt gibt es neu eine Art direkte Transfermöglichkeit in Fiat-Währung und das macht natürlich die Falcon Bank wieder als eine der ersten Banken. Es gibt noch keine Bank in der Schweiz, die das erlaubt. Wir hatten ja letzte Woche ein Produkt für Kryptoaufbewahrung für institutionelle Investoren von der Bank von Tobel. Und jetzt kommt eben die Falcon Private Bank und sagt, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr grundsätzlich in eure Falcon Wallets Gelder einzahlen und auch wieder rausnehmen und zwar auch in Fiat-Währung. Wir schützen das Geld, wir kümmern uns eigentlich um die Aufbewahrung und ihr könnt ganz normal traden. Das würde eben bedeuten, dass Falcon als erste Bank in der Schweiz den Leuten anbietet, Krypto zu handeln und Krypto auch in normale Währung umzuwandeln. Das wäre also eine völlig regulierte, kontrollierte, FINMA-beaufsichtigte Bank, die normal Kryptohandel anbietet. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Falcon nutzt natürlich die Gunst der Stunde, ähnlich wie letzte Woche die von Tobel Bank und möchte sich natürlich weiterhin positionieren als die Schweizer Privatbank, die eben Kryptohandel sowie auch Kryptoaufbewahrung anbietet. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen. Die Falcon Private Bank hat eben, wie gesagt, in der Vergangenheit immer wieder auf Kryptos gesetzt und macht jetzt mit diesem neuen Produkt, das by the way Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin unterstützt, macht wieder einen Schritt nach vorne und ich hoffe, dass dadurch einige Privat- und auch institutionelle Investoren eigentlich interessiert sind daran, in Kryptos zu investieren. Wieso sollten die Leute in Kryptos investieren? Weil gemäss dieser Firma Lucid Investment Strategies die Vermögensverwaltung sowie Investmentstrategie macht, Bitcoin bis zu 10 Millionen US-Dollar wert sein soll. Ein bisschen eine krasse Vorstellung natürlich, ist ein sehr hoher Preis und da fragen wir uns natürlich, wie könnte das je möglich sein? Der Artikel fängt eigentlich damit an, dass man ein bisschen die Schuldensituation auf der Welt erklärt. Das erste Mal, dass Schulden so stark gestiegen sind, im Total 394% über die letzten 20 Jahre von 50 Trillion, also ich glaube, das wären dann Billionen US-Dollar zu 247 Trillion US-Dollar und das hat insofern einen Effekt, weil eben der Wohlstand nur um 133% in der gleichen Periode gestiegen ist. Jetzt gehen sie da durch die unterschiedlichen Nummern, es wird das Bruttoinlandprodukt der unterschiedlichen Länder genommen, der unterschiedliche Wohlstand der gelisteten Länder sowie quasi die Industrien etc. und anhand von diesen wird eigentlich das Ganze so ein bisschen aufgebaut und dann wird eben gesagt, hey, auch wenn die Zahlen nur etwa 20% daneben sind, es ist ganz klar, dass die Gelder relativ hoch sind, die Schulden sind entsprechend hoch und der einzige Weg, wie man diese Schulden decken könnte, ist eben durch Bitcoin, dass natürlich Richtung 10 Millionen US-Dollar dann den sogenannten Goldstandard komplett absetzen wird und eine Art neuen digitalen Goldstandard setzen würde. und um das Ganze ein bisschen zu erklären, wird dann eben gesagt, dass man, solange es Nachfrage gibt, Bitcoin entsprechend steigen wird. Sie behaupten, die Nachfrage wird immer stärker sein, aber vor dem wird der Preis noch auf 1000 US-Dollar sinken und dann sukzessive auf 6000, 7500, 8500 etc. bis zur 20.000er Grenze steigen. Danach werden die 50er und 100.000er Grenze fallen. Dann soll Bitcoin eben die etwa die 100.000er Grenze erreicht haben und dann eben die nächste große Hürde wäre dann etwa bei 400.000, sobald die Leute, die in Gold investiert haben, anfangen in Bitcoin zu investieren. Und das ist natürlich eine krasse Vorstellung, wie gesagt, sie gehen dann noch weiter, sagen, ja, die eine Million wird dann auch noch kommen, je nachdem, wenn und vor allem wie dann die institutionellen Investoren von zum Beispiel von Fidelity entsprechend in Bitcoin investieren werden und werden dann entsprechend bei etwa 10 Millionen, wenn dann die ganz großen kommen, also quasi die Hedgefonds, die Pensionskassen, die unterschiedlichen institutionellen Gelder, die gemäss ihrer Rechnung an ganz, ganz, ganz am Schluss kommen werden, sobald eben Bitcoin eine Million US-Dollar ist, dann wird der Sprung von einer bis zehn Millionen US-Dollar stattfinden. Möglich, ja, technisch gesehen schon, realistisch bin ich mir nicht so sicher, aber wie gesagt, ich denke, wir müssen da offen bleiben, unsere Meinung, beziehungsweise unsere Gedanken mal offen lassen, vielleicht das Ganze mal durchrechnen, aber ich behaupte, wenn die Zahlen so hoch sind, ist es relativ schwierig, sich das schon nur vorzustellen, auch wenn es, ich sage mal, auf Papier in der Rechnung gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz, natürlich soll das Ganze auch ein bisschen motivieren, in Bitcoin zu investieren und entsprechend einen Account bei ihnen aufzumachen, sodass man eben in die Vermögensverwaltung mit ihnen einsteigt. Als nächstes haben wir noch ein Thema, finde ich auch sehr spannend, und zwar geht es um das BITS Bank für internationalen Zahlungsausgleich, beziehungsweise auf Englisch Bank of International Settlements, das BIS, und die haben heute einen Bericht rausgegeben, und zwar indem sie Proof of Work, also den Konsensusalgorithmus von Bitcoin kritisieren, das Ganze fängt eigentlich an, heisst eigentlich, dass quasi der Untergang von Bitcoin wird eben Proof of Work sein, und sie fangen an mit der Erklärung, wie Bitcoin überhaupt entstanden ist, wie das Ganze funktioniert, wie eine Blockchain funktioniert, etc., und sagen dann, dass Proof of Work eigentlich nur so lange funktioniert, bis der letzte Block geschürft wurde, und danach eben die Einnahmen für die Schürfe einfach zu klein sind, als dass sie noch weitermachen könnten. Und wenn man so das Paper durchliest, ich werde das Ganze verlinken, dann könnt ihr das ein bisschen im Detail nachschauen, ist natürlich, wie soll ich sagen, natürlich ein Punkt, da hat Entschuldigung vorhanden, wieso das ein Problem sein könnte. Ich denke aber nach wie vor, dass die Perspektive, wir müssen verstehen, also das Paper wurde von einem Herr, ich glaube Ralf Auer, heisst der Herr, von der BIZ geschrieben, und ganz irgendwo am Schluss sagt er dann, ja ich glaube er heisst, genau Raphael, Entschuldigung, Raphael Auer, heisst er, hat dieses Paper veröffentlicht, und er sagt eben, ja natürlich, Bitcoin etc. oder andere Kryptowährungen können nicht funktionieren, solange die Zentralbanken nicht mitmachen. Und da offenbart er eben seine Perspektive, nämlich, dass er behauptet, dass die Zentralbanken irgendwie mitmachen müssen, und irgendwie auf eine Art Kryptowährung aufbauen müssen, und lässt natürlich außen vor, dass momentan so ziemlich alle Zentralbanken an Blockchain-Lösungen arbeiten, beziehungsweise an eben diese Distributed Ledger Technology, und momentan genau daran, sind eine Art Alternative für das klassische Geld zu erforschen. Ob das jetzt im Endeffekt Bitcoin wird, ganz einfach, weil es eben dezentralisiert und nicht kontrollierbar ist, keine Frage, das ist nicht im Interesse der Zentralbanken, aber was wird es dann, und das ist die große Frage, der Artikel erforscht meiner Meinung nach auch viel zu wenig, die Möglichkeiten wie Proof-of-Stake und Delegated Proof-of-Stake, da denke ich, braucht es ein bisschen mehr Recherche, um eigentlich so eine mögliche Alternative zu zeigen. Aber wie gesagt, die Zentralbank ist da nicht, oder die Zentralbanken, sagen wir, die sind nicht wirklich interessiert daran, entsprechend Investments in diese Richtung zu machen. Von daher, die werden ihre eigene, ihr eigenes Geld wieder lancieren und dann eigentlich versuchen, das durchzusetzen. Von daher würde ich jetzt das Ganze nicht so gewichten. Aber das Paper ist auf jeden Fall spannend, werde ich verlinken, könnt ihr gerne mal durchlesen und euch eine Meinung bilden. Mit dem bin ich auch schon am Schluss der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.